Five Leagues Event 22.1 für die dritte Liga ist eine auf- und absteigende Ladder 4-Time, bestehend aus Rudern, Dump-Ball Snatches und Single-Lag Toast-to-Bar. Das Workout startet mit 10 Kalorien Rudern, 10 Dump-Ball Snatches und 10 Single-Lag Toast-to-Bar. Die Kalorien und Wiederholungen erhöhen sich in Runde 2 und 3 auf jeweils 20 und 30. Runde 4 und 5 sind absteigend von 20 auf 10. Das Workout hat einen Timecap von 18 Minuten. Der Score ist deine benötigte Zeit. Schaffst du das Workout nicht, innerhalb der vorgegebenen Zeit ist der Score deine absolvierten Kalorien und Wiederholungen vor Ablauf des Timecaps. Die Kalorien und Wiederholungen